ja leute was geht ab und willkommen zu einer neuen folge von mein grafite bis mit ihm raffel b ja und jetzt sind eigentlich mal ferien jetzt kann man richtig schön aufnehmen ich na ja du nicht aber da kommen jetzt öfters wieder energames und sowas was gibt mit dieser query schief die baut in der mitte mehr ab als aus und bei mir lekt wie sauer und die sammelt die teile auch nicht auf jungs wie er schon und ich leute das wasserkraftwerk bauen okay jetzt ist wahrscheinlich richtig verstanden der mani will das wasserkraftwerk bauen 9 kaputt gemacht wartet mal es lag gerade bei mir so heftig leute heftig nicht aber 27 fs ohne witz was passiert wenn ich das mache habe jungs wie immer mein solarpanel dabei servus gehen wir pennen in unserem haus ist ein creeper und ein zombie okay wir machen das jetzt in den graben rein wo man den baum pflanzen wollten aber jetzt machen wir den wasserkraftwerk rein so ein wasserturm es gibt richtig schön energie hat er gesagt so das heißt die länder hier auch nicht aber wort war alles wenn schon etwas wort von mir generator da brauchen wir erstellst du ganz viele re battery und ich erstelle ganz viel iron fernes ok ok wie macht marie battery schreibt immer sehr normal mein impfeteil das ist doch so voll na und oben in der truhe haben wir folgen die sticks und so und jetzt habe ich auch eine neue leiden halte ich auch hat die jahr hatte jahr ab ab die jahr so so auf die x-probe auf die oder holz und sticks er hat er ist jetzt kaputt eine lektion sind es ein bisschen heftig oder aber er hat euch das so so was braucht man dennoch Re-Battery, okay. Wir sind da wieder im Aufnahmerausch. Ja, Ultra, aber. So, die Iron Furnace wären fertig. Und wenn wir im Aufnahmerausch sind, da geht dann das ab in nix. Dann schaffen wir es auch viel. Warte mal. Wir nehmen jetzt mal Kobbel her. Also wir bauen das Ganze aus Kobbel. Also fange ich direkt mal an. Also Steine. Ich will den Chick. Und das Erste, was ich gerade mal mitnehme, ist mein Jetpack. Wie es wächst. Mein Jetpack. Wie es wächst. Okay, ich schau mal nach. Im Internet. Ähm. Lalalala. Ähm. Wo ist mein Jetpack hin? Warte, der hängt oben, ja und so. Alter, was ist das für eine scheiß Musik, Alter. Ohne Witz. Ja, manchmal schon. Okay. Okay. Das kann man nicht mit U-Meter stellen. Dann schauen wir mal andere Sachen. Was denn? Beeswax. Was ist das? Beeswax. Äh, was machst du? Was willst du gerade überhaupt herstellen? Warte mal. Der Chick. Für was der Chick, Alter? Ja, Leute. Ich habe einen Jetpack an und bei mir lagts wie die Sau. Ja, läuft bei mir. Okay, aufgeladen. Alter, das kann man nicht herstellen. Was willst du denn? Äh, für ein Iron Furnace. Äh, für den einen. Ähm. Du brauchst doch eh nur ein. Ja, eh Batteries. Was ist daran so schwer? Hä? Ich will was anderes gerade schnell machen. Oh. Nämlich so ein Candle. Candle? Ja, gib mal einen Candle. Für was ein Candle? Voll witzig. Ja, aber für was ein Candle? Ohne Witz. Ey, Chick. So, jetzt erst mal. Ja, zur Scheiße. Okay, dann müsste Mani mal nachher schauen. Ja, einmal ich. Ja, ich weiß nicht, wie man das herstellt. Gebt mal einen schnellen Candle, okay? Nur schnell. Mit C? Ja. Für was? Ich weiß nicht. Ich will ausprobieren. So wie das Dynamit. Oh. Und ich weiß nicht, wie man das Piece wegerstellt. Geh mal weg da, Alter. Geh mal weg da. Ohne Cam. Geh mal weg da. Kannst du doch nicht arbeiten. Oh, du stehst mir im Weg. Verstehst du das? Ich bin ja schon weg. Und die Leiter ist auch im Weg. Ja, reiß sie ab. Mach's kaputt. Oh, ne. Oh, ne. Es läuft echt weiter. Opfer. Bei mir. Alter. So, jetzt reicht's mir. Okay. Kapsel. So. Zack. 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 Liquid Transpidator. Liquid. So. Mach du mal das Wasserkraftwerk. Ich schau mal nach was Besonderem um. Immer ich. Party. Ja. Läuft. Richtig. Läuft bei uns. Kopper. Alter, was ist das für eine Scheiße? Glas brauchen wir. So. Hupsala. Zack, 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 zack. Ey, ohne Witz, da ist schon recht viel Scheiße dabei. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Könnte ich mal bei der Query auffüllen? Ja, ja. Oh. Okay. Schnell auffüllen. Wachskapuze. So. Wasserkraftwerk, Wasserkraftwerk. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Rette fast eine Küche kaputt gemacht. Für was habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Ah, eh. Candle. Candle. Ich bin schon auch schlau. Wieso mache ich das? Wieso habe ich das jetzt gemacht? Biswax. So. Alle schnell wieder zubauen hier. So, komm her. Komm her. Zack. Oh man, diese Legs sind echt scheiße. Squeezer. Brauchen wir auch noch. So. Jetzt machen wir das so hier. Ten ingot. Äh. Na weih. Was? Also, gut. Nein. Komm mal her. Ich habe hier auszusehen was kaputt gemacht. Bei deinem Zaubertisch. Nein, nicht der Ernst, oder? Groß war mein Meining Leser. Ey, die sind richtig verletzt. Nein. Ich kann keine Treppen mehr hoch. Leiter hochgehen. Oh, 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 oh. Schau einfach mal dort vorbei. Äh. Das hast du, Rappen, du hast es kaputt gemacht. Ja, ja, immer ich. Immer auf die Kleinen. Alter, jetzt fängt es auch noch an zu pissen. Ohne scheiß Witz, Mann. Ja, super. Ein Buch kannst du jetzt nochmal neu craften. Sehr schön. Ey, Leute, ohne Witz. Das macht jetzt einfach so. Ey, da sind Bücher verbrannt, du. Verbrannt. Es gibt... Mir fehlen da voll viele Bücherregale. Uh, schön. Die kannst du alle neu holen, aber ich sag's da noch. Ja, ja. Ähm. So. Nachher werde ich glaube, wieder meine alte Playlist benutzen. Nach der Folge hier. Ich muss nachher nur was töten. Ich bin nur am töten. Weil bei mir leckt das Klopfer zu viel, wenn es das Internet offen hat. Bei mir nicht. Oh, ja, bei dir. Ich bin nur am töten. So. Zack, 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 zack. Wir können zwar jetzt gerade Mobs spawnen, aber der YOLO Mode. Zack, zack. Standbild. Mal wieder. Erstmal ein bisschen Steine mitnehmen, zum hier auffüllen. Peace. Wächst. Vielleicht jetzt. Ich check's gerade wirklich nimmer. Ich auch nicht. Sag mal, was hat der denn für eine Abbauradius hier? Mann, ey. Fress her ja. Peacewax. Wie erstellt man den Kack? Peacewax. So wie man den erstellt, Mann. Ist das so schwer. Schneller. Oder jetzt ziehe ich mein Jetpack aus. Du mich auch. Ja, schneller. Ach, scheiß drauf. Schneller, 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 schneller. Ich hab' nen Jetpack gefahren. Äh, hast du mein Jetpack? Dann nimm einfach mein Jetpack. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ah Ah Weih Lajajaj Ich bin ein Delfiner Das ist von den Bienen Die Kackspieler Ach, was hast du gedacht? Ich geh jetzt auf Bienensuche, ey Echt? Ja Gut, bring mir welche mit Ohne Witz, bring mir welche mit Ich glaub, das Rauschen, das kommt nicht von meinem Mikro, sondern einfach von meinem Computer Weil der macht so komisch Der macht so komische Geräusche grad Oder von Skype Hm, Skype nicht Was ist da kaputt, Alter, mit Musik? Ja, 1000 Jahre Abstand, Mann, du mich auch Nur mehr interessiert's Wie bekommt man so Scheiß Bienen? Äh, keine Ahnung Sag dir nur eins, gleich haben wir keine Steine mehr Und jetzt sagen, wir werden jetzt noch die Folge Also haut rein, bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Ciao Ciao